Ja, hi Leute, Wolfgang hier. Willkommen zu diesem neuen TYPO3 Video. Dieses Mal mit einem kleinen Tipp zum CK Editor, also dem RTE, dem Rich Text Editor im TYPO3 Backend. Den können wir ja konfigurieren. Wir können ja genau einstellen, was für Buttons zum Beispiel wir im Editor sehen oder dass wir irgendwelche bestimmten Vorgaben haben, wie zum Beispiel Stile für Links, für Buttons und so weiter. Das können wir alles konfigurieren. Manchmal ist es aber so, dass ich vielleicht als Administrator eine andere Konfiguration möchte, wie ich für meine Redakteure brauche. Die müssen vielleicht nicht alle Optionen sehen, die ich als Administrator habe. Zum Beispiel Quellcode-Ansicht oder so. Kann manchmal natürlich auch funktionieren. Wenn du zum Beispiel auch erfahrenere Redakteure hast, die auch sich mit HTML ein bisschen auskennen, dann kann es natürlich nützlich sein. Ist jetzt auch nur ein Beispiel. Aber vielleicht hast du doch den Anwendungsfall, dass deine Redakteure eine andere, reduzierte Konfiguration für den RTE sehen sollen, wie du als Administrator. Und wie das geht, das schauen wir uns jetzt mal in diesem Video an. Bevor wir jetzt aber gleich mit dem Thema starten, noch ein Hinweis. Wenn dir Videos dieser Art gefallen, dann schau dich auch gern mal, nachdem du das Video jetzt fertig geschaut hast, auf meinem Kanal oben. Da gibt es ganz viele Videos rund um TYPO3 und Extensions, ab und zu auch mal zu anderen Themen. Und wenn dich das interessiert und du das noch nicht gemacht hast, dann würde ich mich über ein Abo freuen. Und natürlich auch, wenn du die Glocke aktivierst, dann verpasst du nämlich keine zukünftigen Videos. Das wäre sehr cool. Und dann sage ich jetzt schon mal Danke. Aber jetzt geht es weiter mit dem Thema. Dabei geht noch ein Gruß raus an die Kollegen der Agentur IntoCode. Hallöchen nach Rosenheim. Die haben nämlich diesen Tipp vor kurzem getwittert. Ich habe das gesehen und dachte mir, wow, cooler Tipp. Das ist etwas, was uns mit wenig Aufwand doch einen Mehrwert für die Redakteure liefern kann. Denn wir wollen ja das Backend so reduziert, so simpel wie möglich haben für die Redakteure, damit die eben auch nicht überfordert werden. Das ist ja einer der häufigen Kritikpunkte, die man hört. Das TYPO3-Backend sei zu kompliziert und zu überladen. Liegt in der Regel einfach nur daran, dass man einem Redakteur ein unkonfiguriertes Administrator-Backend vor die Nase setzt. Aber mit wenig Aufwand lässt sich das ja sehr schön anpassen. Und das ist jetzt einer dieser Punkte, den ich in meine Liste der Möglichkeiten mit aufnehmen werde. Aber schauen wir uns das jetzt einfach mal direkt an. Ich gehe mal hier in mein Backend rein. Bin jetzt momentan hier als Administrator eingeloggt. Und wenn ich jetzt in irgendein Content-Element hier mal reingehe, dann sehen wir jetzt hier schon eine angepasste Konfiguration. Das ist also nicht die Standard-Konfiguration vom CQ-Editor. Ich habe hier zum Beispiel auch Plugins aktiviert, hier wie dieses Word-Count hier unten. Ich habe auch ein Code-Snippet-Plugin hier aktiviert für den CQ-Editor, damit ich Code-Schnipsel hier eingeben kann und so weiter. Auch ein paar Styles für Links hier definiert, mit wie Links als Buttons markieren können. Und soweit so gut. Jetzt möchte ich aber für meinen Redakteur eben eine andere Konfiguration haben. Und ich zeige mal, wie das jetzt bei mir aussieht, wenn ich hier in einen Redakteurs-Account wechsle. Ich habe hier mal so einen Demo-Redakteur einfach angelegt und gehe in irgendein Content-Element jetzt rein. Dann sehen wir, hat er hier schon wesentlich weniger Buttons. Ich habe jetzt zwar hier auch die angepassten Stile, ich habe auch hier das Code-Snippet-Plugin aktiv. Das könnte man theoretisch auch noch rausnehmen, wenn man das nicht braucht. Aber er hat zum Beispiel hier keine Option mehr, mit hoch- und tiefgestellten Text zu arbeiten. Der Quellcode-Ansicht-Button ist raus und noch ein paar andere Buttons. Wie können wir das jetzt erreichen? Dazu wechsle ich mal in meinen Editor jetzt. Ich bin hier in PHP-Storm in meiner Typo3-Installation. Das ist übrigens wieder die Demo-Installation, die auf dem Typo311-Videotraining beruht. Wenn du dazu Informationen willst, Link findest du in der Videobeschreibung. Und hier habe ich mein Site-Package. Liegt hier in einem Ordner Packages, da ich hier mit Composer arbeite. Und ich habe hier unter Configuration RTE zwei Presets jetzt mal angelegt. Dieses MyRTE Preset YAML, das ist die Originalkonfiguration aus dem Videotraining. Da definiere ich zum Beispiel hier bestimmte Stile für Links im RTE. Ich konfiguriere hier die Toolbar und binde hier zum Beispiel eben die Plugins ein, wie das WordCount Plugin oder das CodeSnippet Plugin. Und über Remove Buttons habe ich schon einige Buttons, die standardmäßig eigentlich beim RTE mit dabei sein könnten, entfernt. Und hier unten noch ein paar andere Anpassungen vorgenommen. So weit, so gut. Für meine Redakteure habe ich jetzt eine weitere YAML-Datei angelegt. Das ist diese Editor RTE Preset.YAML. Wenn wir da mal reingehen, die ist sehr minimal. Denn hier muss ich ja nur das reinschreiben, was ich ändern möchte. Als erstes importiere ich hier nämlich mein Standard Preset, was ich ja hier definiere. Das heißt, alles, was ich hier definiert habe, ist jetzt in dieser Konfiguration auch mit drin. Und jetzt kann ich eben Änderungen vornehmen, wie zum Beispiel eben Buttons entfernen. Über Remove Buttons sage ich dann, dass eben der Quellcode-Button nicht angezeigt werden soll. Dieses Hoch- oder Tiefergestellt soll nicht angezeigt werden. Und noch ein paar andere Buttons hier. Wir haben jetzt also zwei Konfigurationen. Und die müssen wir jetzt natürlich noch laden sozusagen, beziehungsweise TYPO3 bekannt machen. Und das geht ja über die ext-local-conf.php. Hier über diese beiden Zeilen mache ich diese Presets dem System bekannt. Ich sage ja also über TYPO3-Confers, RTE Presets, hier MyRTE Preset, das ist eben diese Datei hier. Und diese andere Bezeichnung hier, EditorRTE Preset, ist die andere Datei, soweit, so gut. Diese Bezeichner sind übrigens frei wählbar. Da kannst du reinschreiben, was du willst. Und aktiviert wird das Ganze ja per TS-Config. Das habe ich hier. Page TS-Config ist das Ganze. Und normalerweise kann ich über RTE Default Preset ein Preset laden. Lade also hier standardmäßig jetzt mein EditorRTE Preset, das reduzierte Preset. Aber über eine Condition kann ich auch im TS-Config abfragen, ist ein Backend-User eingeloggt und ist er Admin? Also Backend.user.isAdmin. Wenn der Backend-User der Eingeloggte ein Administrator ist, dann lade bitte das vollständige Preset. Ohne die entfernten Buttons aus dem Editor Preset. Und das wirkt sich dann eben so aus, wenn wir nochmal ins Backend gehen. Als Redakteur, als Editor, habe ich das reduzierte Preset. Als Admin habe ich das andere Preset. Zu den Conditions noch ganz kurz. Da findest du natürlich hier in der Typoscript Referenzinformationen. Gehst auf tsref.de oder tsref.org. Gehst dann hier in den Bereich Conditions. Und wenn du hier ein bisschen nach unten scrollst, kommt irgendwann der Bereich Backend. Und hier kannst du eben diverse Abfragen machen. Backend.user. Dann kannst du fragen, ist der Administrator? Wenn ja, dann mach irgendwas. Oder generell ist ein Backend-User eingeloggt. Du kannst sogar gezielt auf bestimmte User-IDs gehen. Also exakt bestimmte User sogar ansprechen. Oder bestimmte Backend-Benutzergruppen. Auch das geht. Schau dir das also gerne mal an, wenn du da noch nicht so ganz sicher bist, was diese Typoscript Conditions betrifft. Die man, wie gesagt, eben auch im ts-config anwenden kann. Das ist ja eigentlich ganz cool. Und wenn du dich jetzt fragst, wie finde ich denn raus, wie diese Buttons eigentlich heißen und die ganzen Bereiche und so weiter. Der Vollständigkeit halber zeige ich dir das auch noch ganz kurz. Denn es gibt für den CKEditor den sogenannten Toolbar Configurator. Der bezieht sich hier auf den CKEditor 4. Ich weiß gar nicht, ob es den schon für eine neuere Version gibt, ehrlich gesagt. Aber das funktioniert in Turbo 3 so. Du kannst hier sehr genau bestimmen, was du eben in dieser Toolbar sehen willst. Wir sehen hier die vollständige Auswahl mit allen Optionen. Jetzt kannst du eben hergehen und hier Sachen deaktivieren, die du nicht brauchst. Du kannst das hier auch umarrangieren sozusagen. Da kann ich hier zum Beispiel sagen, das ist dieser Quellcode-Button. Den möchte ich nicht. Diesen Save-Button, neue Datei, PDF, drucken möchte ich nicht. Die Suche können wir vielleicht drin lassen, vielleicht auch nicht. Da kannst du jetzt eben sehr schön zusammenstellen, was du eben brauchst oder was du nicht brauchst. Das mal noch raus. Hier suchen, ersetzen kann man lassen. Spellchecker. Hier haben wir die ganzen Formularelemente. Die würde ich zum Beispiel alle rausschmeißen. Und so kann man sich das hier schön zusammenklicken. Schau dir das gerne mal an. Über die Pfeile kannst du das auch hier verschieben, damit du die Reihenfolge änderst. Du kannst auch sogenannte Separators hier einfügen. Damit kannst du eben das Ganze in Zeilen noch aufteilen, wie das hier der Fall ist. Also teste das gerne mal aus. Und wenn du dann fertig bist, kannst du hier auf Get-Toolbar-Config klicken und erhältst dann hier eine Konfiguration, die du fast 1 zu 1 in Turbo 3 übernehmen kannst in der YAML-Datei. Die Syntax ist teilweise ein kleines bisschen anders. Wenn wir uns das nochmal ganz kurz anschauen in meiner YAML-Datei hier, dann siehst du ein paar Unterschiede hier, vor allem hier unten bei diesen Remove-Buttons. Also da müsstest du einfach schauen, aber so kannst du dir eben sehr einfach zusammenstellen, was du im RTE eigentlich brauchst. Ja, damit wären wir schon wieder durch mit diesem Video. Und nochmal Dank an IntoCode für diesen coolen Tipp. Finde ich sehr praktisch. Ich hoffe, das war okay, dass ich jetzt euren Tweet, den ich am Anfang gezeigt habe, in ein Video umgewandelt habe. Ist auch so ein bisschen eine Erinnerung für mich. Ich hoffe, dass ich mir sowas besser merken kann, indem ich einfach ein Video dazu mache. Denn oft ist es auch bei mir so. Ich denke mir, das hast du schon mal irgendwie irgendwo gesehen. Und dann war es ein Video von mir, was ich mal gemacht habe. Ist mir erst vor kurzem so gegangen. Ja, ja, kommt vor. Man wird älter. Gut, damit wären wir durch und jetzt würde ich mich natürlich freuen, wenn dir das Video gefallen hat, dass du einen Daumen hoch da lässt und vielleicht sogar den Kanal abonnierst und die Glocke aktivierst, damit du keine zukünftigen Videos verpasst. Und dann sehen wir uns hoffentlich in der Zukunft. Mach's gut. Bis dann.